Das Thema, über das ich hier sprechen will, ist Facebook. Und das ist ein Thema, worüber ich, glaube ich, sehr gut reden kann, weil ich ja selber in diesem Facebook einige Monate, ich glaube, das war letztes Jahr drei, vier Monate dort, also ziemlich viel drin gewesen bin. Und deswegen will ich da einige Tipps zu geben. Islamisch gesehen ist es so, folgendermaßen, dass der Prophet a.s.w. gesagt hat, innal halal bayin, wa innal haram bayin, wa baynahuma umurun muschtabihatun la ya'alamuhuna kathiru minennas. Das heißt, das, was halal ist, ist klar, und das, was haram ist, ist klar. Und dazwischen gibt es Dinge, die weniger klar sind. Und wer sich von den weniger klaren Dingen fernhält, der hat das Richtige für seine Religion und seine Ehre getan. Dann gibt es eine Regel im Islam, dass, was Dunja-Angelegenheiten angeht, dass alles erlaubt ist, bis es einen Beweis gibt, dass es verboten ist. Und dann gibt es eine Regel, dass, wenn eine Sache einen größeren Schaden hat, dass sie gelassen wird, dass man sie lässt. Und dann gibt es eine Regel, dass, wenn eine Sache, wenn der Schaden und der Nutzen gleich groß ist, ja, das heißt, wenn ein Nutzen und Schaden gleich groß ist, dann wird die Sache auch gelassen. So. Wenn wir nun Facebook angucken, dieses Forum, sage ich mal, und wir schauen uns an, wie ist dort der Nutzen und wie ist der Schaden. Und ich muss sagen, ich kann über dieses Thema gut reden, weil ich ja selber dort drin gewesen bin. Und weil ich auch von vielen Leuten jetzt gehört habe, ich bin jetzt schon, Alhamdulillah, seit Monaten nicht mehr dort drin gewesen. Und ich bin wirklich heilfroh darüber. Weil erstens, es ist wie eine Sucht. Insbesondere, wenn man so viele Freunde dort hat, oder viele Kontakte hat, weil immer was Neues ist. Man ist einfach neugierig. Ah, was schreibt der, was schreibt der, was schreibt der, was schreibt der, was schreibt der. Und ich war manchmal, also, so viel in Facebook drin gewesen, ja, dass ich, dass es einfach, ich mir meine Zeit so geklaut hat, der Satan, der hat mich mit diesem Facebook so was von, von geschnappt, dass ich wirklich nichts mehr auf die Reihe bekommen habe, ja, und natürlich alles mit dem Vorwand, ja, man will ja was Gutes. Man will ja nur Leuten Fragen beantworten, man will ja Dauer machen, und man will ja hier und da und hin und her. Klar, das ist natürlich der Satan auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da bin ich ja als Dauer auch nicht vor, äh, 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 vor, äh, vor, äh, vor Maasum, das heißt, das heißt geschützt. Ja. Und gerade, im Gegenteil, gerade als Dauer darf man dem Satan nicht den kleinen Finger geben, weil jemand, der zum Islam ruft, dem will der Satan erst recht kaputt machen. Und ich habe es wirklich so gespürt, wie der Satan mich langsam, aber sicher geschnappt hat und gerüttelt hat und alles unter dem Vorwand, ja, man will ja helfen, ja, so, man will ja schreiben. Da verplempert man erst mal seine Zeit. Dann, als Mann, ja, als Mann, man wird natürlich auch von Frauen angeschrieben, so. Und dann kommt natürlich auch der Satan, ach ja, die Arme und die Schwester, und die hat bestimmt Probleme, und man will ja auch helfen. Und viele Fester, die nutzen das auch aus. Die kennen diese Tour. Ja, Bruder, ich habe eine ganz wichtige Frage, da kannst du mir wirklich nur du helfen, und bla bla bla, ja. So, und das ist einfach so, ja, dass man sich dann, ja, in Gespräche verwickeln lässt. Und es ist bei mir genau dasselbe gewesen, als ich mich in Gespräche verwickeln lassen habe, ja. Und dann manchmal nur noch am Schreiben bin, und so weiter und so fort. Und dann natürlich Bilder. Bilder von Frauen. Automatisch bei Facebook, du siehst die Bilder von Frauen. Und wir wissen, dass der Blick auf eine Frau, ja, und natürlich bei einem wie mir ist das dann so, dass man sich immer denkt, ja, okay, dann gucken wir kurz, gucken dann weg, der Schaden, der Nutzen ist ja groß, die brauchen ja deine Hilfe, brauchen ja deine Hilfe. Am Ende brauchst du Hilfe für dein Herz, weil du andauernd irgendwelche Bilder siehst, Bilder, 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 da schon wieder Bilder, Bilder, und so weiter und so fort. Und andauernd kommst du da drauf. Und jeder Blick auf eine Frau, die vor allen Dingen Mutter Berger ist, ist wie ein giftiger Fall von einem Satan. und der macht dein Herz voll. Voll damit. Und deswegen habe ich so gemerkt, wie mein Iman da runtergegangen ist, bis in den, ja, fast bis in den Keller hinein, ja, sage ich mal so. So, und dann habe ich natürlich dazu, danach entschlossen, diese Sache abzugeben. Und ich habe einem Bruder gesagt, gebe mir, ich habe gesagt, ich will weiter diesen, diesen Effekt haben, dass ich die Leute habe, weil die Leute sind sowieso in Facebook und wir müssen die Leute da noch irgendwie aufrufen über die Sache und wir können da so viele Leute erreichen und haben natürlich auch Leute Islam angenommen über Facebook und so weiter und so fort, ja. Und das ist natürlich dann immer, da ist er besonders schlau vom Satan, ja. Ja, da ist er besonders schlau, ja, guck mal hier, und du kannst ja auch dieses und jenes und so weiter und so fort. Nur an erster Stelle muss man sich selber retten. An erster Stelle muss man sich selber retten. Ja, die erste Pflicht ist, dass man sich selber rettet. Der Prophet Musa, a.s. der hat eine lange Dua gemacht und die wird in der 20. Suh erwähnt. Da sagt er, Rabbi, mach meine Brust weit. Und mach meine Angelegenheit leicht. Ja. Wachlul uktata min lisani, javka ukauli. Und nehme meinen Knoten von der Zunge, so dass sie mein Wort verstehen. Rabbi, schrach i sadri, vaj seri amri, wachl uktat min lisani, javka ukauli. Viermal Dua. Ja. Rabbi, schrach li sadri, vaj seri amri, wachl uktat min lisani, dreimal Dua. Ja. Javka ukauli. Ja, mit sie meine Wort verstehen. Wajalli waziren, min ahli. Und gib mir einen Wazir, einen Minister von deiner Familie. Ja. Und dann weiter, sagt er, uj dud bihi azri, und stärke mit ihm sozusagen meinen Rücken. Das heißt, unterstütze mich mit ihm. Waj ricku fi amri. Und mache ihn zu einem Teilhaber in meiner Angelegenheit. Warum? Das heißt, wir haben hier, Rabbi, schrach li sadri, waj seri amri, wachl uktat min lisani, dreimal Dua. Dann, was geht es dann? Wajalli waziren min ahli, haruna achi, uj dud bihi azri, waj ricku fi amri. Sechs Mal Dua. Warum? Keinu sabbihaka kathira. Damit wir dir gegenüber viel Tasbih machen. Subhanallah. Und, wa nadkura kathira. Und damit wir dir viel gedenken. Das ist der Sinn davon. Das heißt, der erste Sinn ist, dass man selber Allah gedenkt. Und wenn man selber merkt, dass das einen vom Weg wegbringt, dann muss man sich verabschieden. Und deswegen habe ich mich auch da vor geraumer Zeit, alhamdulillah, verabschiedet. Und das hat mir wirklich gut getan. Das hat mir wirklich richtig gut getan. Weil es einfach zu viel ist. Gerade für die Duaat kommt noch ein anderes Problem dazu. Das ist der übertriebene Lob. Andauernd kommen Leute und sagen, ach Bruder, super, und dies und das, und hin und her, und kreuz und quer, und dann kommen auch Frauen und sagen, ach, finden wir hier ganz toll, was du machst, und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch etwas, was einen kaputt machen kann. So, deswegen, für mich ist ganz klar, dass ich so eine Seite nicht verwalten kann. Da kann eine Seite sein, wo jemand beispielsweise Sachen reinsetzt, Punkte reinsetzt, und das ist wie eine Sucht. Wie eine Sucht. Und wir haben gehört, dass es viele Ehen dadurch kaputt gehen. Viele Ehen dadurch kaputt gehen. Ja, virtuelle Welt. Und man redet und das, und du bist ja in einem Raum, und naja, du bist ja nicht, du bist ja nicht, alleine mit dieser Person. Da reden ja viele, und man kann ja viel reden, und so weiter und so fort. Und so kommt der Satan langsam, 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 ja, und der will dich kaputt machen. Und deswegen kann ich nur sagen, ja, dass man sich erstens, dass ich für mich persönlich ganz klar entschieden habe, dass das viel größeren Schaden als Nutzen hat. Das hat Nutzen. Ganz klar, man kann Dinge verbreiten, aber für mich ein größeren Schaden als Nutzen. Deswegen habe ich jemanden da hingeschickt, den keiner kennt, ja, der wie ein Admin wirkt, sozusagen, und der das einigermaßen, halt verwaltet. Nur, man muss sich selber beobachten. Ich selber sehe das für mich als Haram an. Als Haram an, da weiter alleine das zu verwalten. Sondern, wie gesagt, dass die Informationen über die Seite, über meine Aktivitäten ausgetauscht werden, ist die eine Sache. Und deswegen müsst ihr euch natürlich auch fragen, ob das für euch einen Nutzen hat. Und euch ehrlich fragen, und ich weiß ganz genau, ihr werdet euch sowieso selber betrügen. Und werdet euch sagen, ja, ist ja eigentlich, und man hört ja. Und dann frag dich mal, wie viele Zeiten du dort verschwendest, und wäre es nicht besser gewesen, wenn du hättest in dieser Zeit Koran gelesen. Mal ganz ehrlich. Man karra harf min kitabillahi kaina lau hasanatum. Kaina lau bi hasana. Wer ein Buchstaben vom Buch Allahs liest, das ist für ihn ein Hasana, eine gute Tat. Und ich sage nicht, Elif, Lam und Mim ist ein Harf, sondern, ich sage nicht, Elif, Lam und Mim ist ein Buchstabe, sondern Elif ist ein Buchstabe, Lame ist ein Buchstabe, Mim ist ein Buchstabe. Und jeder Buchstabe wird verzehnfacht. Subhanallah, für ein Buchstaben vom Buch Allahs kriegst du zehn Hasanat. So, und deswegen, was ich auf jeden Fall sagen kann, ja, dass alle Frauen dort ihre Bilder rausnehmen müssen. Da braucht man gar nicht drüber zu diskutieren. Höchstens nekab. Aber selbst das würde ich nicht empfehlen. Weil man dadurch trotzdem schon wieder etwas von der Person wahrnimmt. Das ist eine Fitna. Ganz klarer Fall. Brüder, die dort mit freiem Oberkörper stehen, da braucht man gar nicht drüber zu reden, über solche Sachen. Und ihr müsst euch selber fragen, wofür habt ihr diese Sache. Wofür habt ihr das? Ist es etwas Anonymes für euch? Ich werde nicht sagen, unter allen Umständen, dass es verboten ist, aber alleine da reinzugehen, ich denke, es wäre vielleicht angebracht, wenn man mit einem Ehepartner zusammen, mit dem Ehepartner zusammen ein Forum hat. Aber ansonsten kann ich nur davon abraten. Und ich kann auch davon abraten, so viel im Internet rumzugoogeln. Und das gilt auch an mich, weil ich bin da selber von betroffen. Man ist immer am rum, von der einen Seite zur anderen Seite und da guckt man manchmal hier die Nachrichten da und gibt es da was Neues, gibt es da was Neues. Und jedes Mal kommst du an irgendwelchen Seiten vorbei, wo du wieder Dinge siehst, die schlecht sind für dein Auge und die bis in das Herz hineingehen. Und deswegen möge Allah mich als erstes beschützen und davon befreien und mir helfen, mach du A für mich. Ja, weil ich sage schon, ich bin ja kein Engel oder kein perfekter Mensch, nur wir müssen uns selber kontrollieren und selber wegkommen. Das ist jetzt keine, nicht als wenn man eine Bank rüberfallen hat oder wenn man ins Bordell gegangen ist. Klar, aber es ist eine Sache, die einen in Gespräche hinein verwickelt und die einen Blicke sehen lässt. Ich rede selber. Ich weiß, dass so viele Brüder Fehler machen, weil ich selber gesehen habe, wie ich langsam aber sicher mit der guten Absicht vom Satan gezogen worden bin, dass ich danach den ganzen Tag nur doof im Facebook rumgucken bin. Ich bin Vortrag und gucke, guckt man sich mal einen Vortrag an oder man liest gerade etwas. Ach, lass mal gucken, vielleicht gibt es was Neues. Ach, da hat gerade etwas geschrieben. Ja, okay, dann kann ich ja mal einen Satz kurz schreiben. Ich habe so einen Satz, auf einmal auf einmal zurückgeschrieben, mal gucken. Auf einmal, da kommst du gar nichts mehr. Zeitverschwendung vom Allerfeinsten. Es gibt so viele Sachen, die man da besser machen kann. Deswegen kann ich nur jedem den Tipp geben, aus diesen Dingen da auszutreten. Ja, oder zumindest da irgendeinen Kontrollmechanismus einzubauen, wie bei mir beispielsweise mit dem Admin oder mit mehreren Admins, die eine Seite verwalten. Aber ansonsten, Leute, sehe ich echt schwarz und eine große Gefahr. Und wie gesagt, das ist meine Meinung. Alles, was richtig war, war von Allah und alles, was falsch war, war vom Satan und von meiner eigenen Seele. Tschüss, Zag umloch heran. Vielen Dank.